Moin Leute, willkommen zurück zu Far Cry 3. Das ist jetzt eine sehr, sehr spontane Aufnahme. Okay, irgendwie ist die Maus gerade etwas schnell. Ja, dann gucke ich mal auf die Map. Ähm, ist hier denn irgendwas Schönes? Ja, da, okay. Dann gehe ich da auch mal hin, wenn ich den Sound leiser gemacht habe, er gesagt runtergestellt habe. Sound. Okay, wird ja mal leiser. Okay, was habe ich denn so wieder bei? Okay, also ich gucke erst mal. Ich wollte mir ja auch noch einen Bogen kaufen. Oh, habe ich sogar schon. Ja, stimmt. Damit habe ich, glaube ich, habe ich damit schon eine Folge aufgenommen? Ich glaube nicht. Naja, egal. Doch, habe ich schon, ja. Okay. Ein paar wenig Pfeile. Aber sollte schon gehen. Wo ist denn jetzt mein Ort? Da. Oh, 700 Meter weiter weg. Oh, ein sehr gutes Fahrzeug. Dann nehmen wir uns das gleich mal. Oh Gott, das Gefühl, das Headset sitzt nicht richtig, aber egal. Ja. Ein sehr gutes Fahrzeug. Oh mein Gott! Oh. Oh. Fuck. Okay, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich habe jetzt sogar was zu trinken, ja. Mit Strohhalm. Okay. Hoffentlich steht das Auto da jetzt nochmal. Er gesagt hat, der Squad. So, okay. Raussetzen. Und wie fahre ich denn jetzt? Ich glaube mal, ich nehme den anderen Weg. Oh Mann! Das hat sich wieder entmarkiert. Mag nicht so gerne. Ich meine, wenn ich was markiere, dann will ich da auch hin. Und nicht, wenn ich tot bin, will ich da auch nicht weg. Hat er gesagt. Ja. Wow, wow, wow. Was war das? Hey. Lappen. Nein. Alles seine Schuld. Alles. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Nein, nicht ins Wasser. Moment, da kann ich gleich noch was erledigen. Die machen mir nicht mein Auto kaputt. Joa, scheiße, ne? Joa, da guckste, hm? Hui. Boah, wie das abgeht. Ey, so. Nein, 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 nein. Baum, Baum. Puh. Shit. Bist du noch besteigbar? Ja. Toll. Nein, 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 nein. Nein. Kann aus, kann aus. Oh mein Gott. Oha, das fängt ja schon gut an. Okay, da unten muss ich hin. Dann ist es ja ganz gut, dass ich hier gelandet bin. Äh, im Moment, hier fahre ich gerade hoch, oder? Ja. Geil. Okay, dann muss ich mir wohl einen anderen Weg suchen. Oder nee, ich muss einfach in die andere Richtung fahren. Das wäre wohl leichter. Woo. Boah, nein, 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 nein. Oh. Okay, hier geht's runter. Ja. Wow, 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 wow. Abkürzung. Oh, fuck, geht nicht. Wollte da jetzt so rüberspringen und dann so schön so einen richtigen Sprung machen. Hier unten rauf. Wow, wow, wow. Wow, wow, wupsi. Genau. Oh, shit. Ah, geht doch. Okay, kann ich da so runter? Nein. Ich glaube nicht. Okay, dann geht's hier lang. Oha, eine Brücke. Okay. Geht das? Joa. Oh, ein Auto. Egal. Oh, nein, nein, Mami. Oh. Oh. Oh, da war mein Auto. Ja. Okay. Das krieg ich wohl nicht wieder. Warum ist es mehr so schwarz? Okay. Gibt's hier drin irgendwie was? Nein, natürlich nicht. Ist irgendwie schnell. Naja, egal. Ja, dann lauf ich halt den Rest. Ist ja nicht so, so wichtig. Okay, da sehe ich ja auch schon den Rauch. Ja, okay. Der ist etwas weit weg. Okay, hier ist kein Gras. Sieht irgendwie komisch aus. Wer hat heutzutage kein Gras, hm? Okay, was liegt denn da rum? Das sieht irgendwie, ups, komisch aus. Was ist denn das? Ach so, ein Stein. Sieht irgendwie so aus wie Fell. Aber ich könnte ja mal das hier abmachen. Dann kann ich mir nämlich gleich, wenn ich da bin, erstmal was Neues craften. Nämlich, ähm, spritzen. Drogen und so. Oder so, ja. Okay, die pflanzen da war ruhig nicht, die da im Wasser sind. Aber das hier könnte ich gebrauchen für Geld. Ja. Okay, da drüben sehe ich ja auch schon die Insel. Und, oh, das ist ein sehr großes Dorf. Und das ist auch für eine Quest ein Dorf. Aber irgendwie sehe ich hier gerade niemand. Frag mich eher warum. Hallo? Hallo? Oh. Ach so, der hängt da tot. Okay. Ja, dann ist ja okay. Ist ja nur einer von meinen Leuten, ne? Ist ja nicht wichtig. Okay, aber interessant. Warum ist hier niemand, frage ich mich nur. Okay, die wollen wohl ein Boot bauen. Und ich komme dem Rauch immer näher. Oh, da hinten ist aber jemand. Na? Nein, 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 lieber nicht. Ja, warum nicht, ne? Ah, ich treffe nicht. Ah, der könnte getroffen haben. Okay. Ah, egal. Erst mal den. Ja, okay, ne. Der fällt mir gerade auch zu weit weg. Ja, den werde ich wohl nicht kriegen. Dann laufen wir mal wieder weiter in die Richtung, zum Dorf hin. Ist ja auch nicht schlimm, wenn das etwas länger dauert. Es gibt ja eine Vorspulfunktion. Okay, kein Hai in Sicht. Ist ja ganz gut. Äh, lässt du mich mal hoch? Danke, Stein. Steini. Okay, da hinterm Berg ist das wohl. Ja, sieht ganz danach aus. Mühennetz, okay. Fischernetz. Okay, hier haben wohl welche gepiknickt, so am Strand. Na, warum auch nicht? Blauer Pokerchip. Okay. Ich frage mich, warum die immer einzelne Chips dabei haben. Ich glaube, damit kann man nicht Poker spielen. Okay. Hier war ich auch schon immer... Fuck. Hier, ich stelle mir mal ein paar Spritzen her. Medizin. Hä? Hä? Achso. Hä? Okay. Ich gucke mal so ein bisschen weiter. Ja, so. Beerenfellbräufe für den nächsten. Den möchte ich mir auch bald machen. Und, äh, ja. Ich würde mal sagen, dann gehe ich mal los. Oh. Oh. Ja. Das könnte sehr schwer werden. Erst recht wegen den Scharfschützen, die schon in meine Richtung gucken. Und mein Auge tut gerade etwas weh. Okay. Okay. Die gucken irgendwie sehr, zu sehr in meine Richtung. Oh. Ein Bär. Okay. Wie soll ich das machen? Hm. Musst du da irgendwie von der anderen Seite rein? Ran? Weiß nicht. Ich glaube, so treffe ich den nicht. Oh. Der Bär will was. Okay. Naja. Hier wird mir, äh, mich wohl keiner sehen. Uh. Der kommt mir zu einer... Moment. Kurz durch die Sehensee an. Kann ich das? Ja, das geht. Moment. Äh, gesagt, dahin. Okay, das klappt. Die gucken jetzt alle dahin. Jetzt wollte ich eigentlich den Typ ausschalten. Geht das? Da ist auch noch einer. Ah, es hat geklappt. Der Bär bricht aus. Oh, fuck. Okay, okay. Oh, Chaos, ey. Übel. Komm, Feier, heb dich auf. Heb dich auf. Danke. Er lebt der Bär noch? Ja, er lebt. Okay. Aber er wird gerade ziemlich hart penetriert. So. Oh, yeah. Die kam gut. Oh, fuck. Warum brenne ich? Warum brenne ich? Warum brenne ich? Warum brenne ich? Oh, mein Gott. Ja, geil. Direkt erst mal Verstärkung. Aber ehrlich, die greifen direkt so mit Dingern an. Mit Feuer. Weiß auch gar nicht, wie die mich bemerkt haben. Immerhin, ich meine, ich stand hinterm Zaun. Na? Wir kommen aus dem Süden. Okay. Wo ist denn hier, der im Süden? Jetzt kommt dran. Los. Sag mal, warum brennt das da? Ey. Ey, das Feuer kommt immer näher. Scheiße. Nein. Gut, dass hier ein Stein ist. Okay, die markiere ich mir erst mal. Ich habe etwas Angst vor dem Feuer, dass es mich gleich erreicht. Deswegen gehe ich hier mal schnell rüber. Aber die Straße sollte das ja eigentlich nicht kommen. Und hier hat es ja schon fast aufgehört. Und deswegen einfach mal eine Granate rein. Aber wenn sie jetzt wissen, dass ich hier bin, dann behindert. Die sehen ja nicht, von wo ich die Granate werfe. Okay. Lol, ist der behindert? Ist der behindert? What? Das kann ja was werden. Okay, ich werde hundertprozentig sterben. Jo, das muss ich nochmal probieren. Okay. Ja. Das ging irgendwie sehr daneben. Aber richtig. Ich glaube, die Sniper kostet 1700. Ja, die kann ich mir jetzt auch noch nicht holen. Okay, wo bin ich denn? Denn ich bin direkt am Dorf dran gespawnt. Ja, das ist gut. Ich werde mich jetzt mal von der anderen Seite ranschleichen. Vielleicht klappt es ja so. Aber mit den Beeren, das war schon ganz gut. Also das werde ich gleich wieder versuchen. Okay, wieder hier entlang. Ich habe gar keine Spritze. Bei mir wieder eine. So, eine. Oh, nicht, nicht den Alter. Okay, dann nehme ich mir die hier noch. Die Palme. So. Ja, genau. Schneid einfach mal den Stamm durch. Okay, ich weiß nicht. Soll ich jetzt einfach mal den Typ da vorne mit dem Bogen? Das ist so verlockend. Ich muss ja den Alarm ausschalten, ne? Dann werden die bemerken. Oh, der ist tot. Oh mein Gott. Dann schalten die den Alarm an. Haben wir eben schon mitbekommen. Okay. Was ist denn da unten? Hm. Egal. Ich lasse ich jetzt einfach mal aus. Sollte mich ja nicht so interessieren. Was da unten abgeht. Okay. Na? Mhm. Okay. Ja, ich schleiche mich hier einfach mal weiter lang. Und der Typ, der sieht mir ziemlich verlockend aus. Wenn man dieser Zaun aufhören würde, dann könnte ich mir den auch jetzt holen. Was ist denn das für ein Geräusch? Ah, er kommt. Ich komme auch gleich. Okay. Ja, anbo... Komm, los. Ja. Äh. Nicht gerade. Ich bin, glaube ich, keine Stripperin. hoffentlich war das nicht. Jetzt kommen. Boden. Ja, hier ist was. Bemerkst du es nicht? Hier. Besser mal nachsehen. Ja, guck doch nach. Bitte. Ich bitte darum. Ganz ehrlich. Ich bitte darum. Nichts, Mann. Sicher wieder so eine Frage. Ich gehe nachsehen. Ja. Komm. Du verdammter Hoden. Er schnitzt mich auf. Das beunruhigt mich. Du, du, du. Oh mein Gott. Okay, sie haben es mitbekommen. Ich spiele gerne mit dir. Mein kleines. Sind hier keine Kisten drin? Nee. Okay. Oh, da oben ist jetzt noch einer. Oh. Geh zurück. Okay, ich werfe mal ein paar Steine. Oh, hätte ich auch gesagt. Oh. Da kommt mir aber jemand nach. Ne, komm her. Oh, Junge. Ja, da ist was hinter dir. Checks endlich. Wow, wow, wow. Okay, ich versuche den mal hier irgendwie hinzulocken. Ja, gut. Okay, was macht denn der da oben jetzt? Oh, hätte der jetzt verfehlt. Ne, dann wäre ich dran. Dann wäre ich dran. Okay. Das heißt wohl, ich kann den jetzt erstmal looten. Die anderen haben wahrscheinlich nichts davon mitbekommen. Hoffe ich mal, sonst wären die etwas, etwas zu hart. Okay. Nein, ich will dich nicht verarschen, Mann. Ich will dich töten. Mann. Sind die so dumm. Mann, ey. Was glauben die denn? Okay. Der ist jetzt wieder so verdächtig weit weg von seinem Team. Das heißt, den kann ich mir nochmal holen, oder? Okay. Aber richtig weit weg. Fickt euch. Könnte man sich hier nur hinlegen, ne? Das wäre episch. Das wäre so geil. Geh, werfen wir mal einen Stein darüber. Hm, ja, er geht hin, er geht hin. Versucht ihn nur von seinem Team wegzulocken. Wenn das passiert ist, dann kann ich ihn beholen. Wisst ihr, hier, die Sniper, die gucken ja nur hier hin. Oh, nein, nein, nein. Jetzt bin ich runtergerutscht. Nein, nein, nein. Doch, da ist was. Guck nochmal nach. Nein. Dieser Hoden. Jetzt holen die bestimmt wieder Ver- 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 Stärkung. Genau. Geil. Richtig geil. Oh, den kann ich mir doch weg snipen, oder? Ja, halt die Augen offen, ne? Bro. Hui. Ja, durch die Wand, ne? So geht's auch. Oh, ich hab gar keine Schüssel mehr, aber wirklich keine. Aber die letzten... Die... Oh, sollte man versuchen zu nutzen. Wäre nicht zu dumm, wer... Ja, du siehst mal nach. Jetzt hab ich gar keine Schüssel mehr, das... Ja, geil. Hammer. Da unten ist einer. Nein, 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 der Wald brennt ab. Das sollte mein Tod sein, ja. Ja, los, Bär, tu was. Ich hab dir nicht umsonst bezahlt. Ja, hm. Ich steh hier im Feuer und du da. Du wirst nur abgeschossen. Hm, war's besser, hm. Ich hatte noch einen Pfeil. Fick dich. Ja! Ja! Klar. Okay, ich banagier mich jetzt einfach mal ganz. Okay. Da hinten ist einer. Okay. Dann würde ich mal sagen, hol ich mir den hier hinten. Oh. Nee, das war nix. Oh, Muni. Jo. Das sieht man gern, ne? So. Joaha. Ne? Verlacht hier. Okay, jetzt den da hinten noch. Hä? Sie... Was? Die Verstärkung kommt noch? Oh, ja. Scheiße. Von rechts. Habe ich noch ne? Jo, scheiße. Oh. Nein. Doch, ich lass mich gerne sterben. Schnell rein. Schnell rein da. Oh, Mann. So. Ha, ha. Oh, ho. Oh, Mann. Okay. Los, plündern. Danke für dein Kokain. Ich stand da ja gerade. Okay, ich hab gar... Doch, hier hab ich noch ein paar Schüsse. Okay, wie geh ich da jetzt vor? Hm. 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 So. Ja. Komm. Höh. Oh, nein. Ja, geil. Was soll ich da machen? Ich renne jetzt da hoch. Was anderes bleibt mir ja nicht. Oh, geschafft. Gut. Denn hier kann ich die wenigstens noch plündern. Und dann so versuchen, noch irgendwie Munition zu bekommen oder anderes. So. Nochmal. Hm. Wer ist jetzt der Jugger? Ah. Okay. Du bist der nicht. Okay. Dann weiß ich auch, wer hier der Jugger ist. Okay, auf den Kopf, auf den Kopf, auf den Kopf. Du wirst nicht finden? Ja. Such. Schwer, ne? Okay, gut. Das war's mit dem Dorf. Jo. Das hat jetzt aber ehrlich auch lange gedauert. Aber. Ich könnte ja mal hier so was vom Boden aufsammeln. Und das wäre nämlich eine Waffe, die ich nicht sehen kann. Ein LMG. Die sind sehr gut in dem Spiel. Also wirklich sehr gut. Hier habe ich auch noch einen Pfeil aufgehoben. Na, was gehst du so gebückt? Gebückt. Ich glaube, der will etwas. Oh, Dragunov. Ja, die nehme ich mir doch lieber mit. Viel besser eigentlich. Dann gehe ich nochmal kurz ins Haus und gucke mal, ob ich mich irgendwie ausrüsten kann. Oder. Ich gucke mal, ob hier ein Scharfschütze noch irgendwie seine Sniper vergessen hat. Da liegt doch eine. So, jetzt habe ich auch wieder Munition. So. Dann gehe ich auch mal ins Haus und gucke mal, was ich so verkaufen kann. Okay. Liegt hier irgendwas rum? Ja. Eine Speicherkarte. Und dann Rander. Ja, verkaufen und schnell verkaufen mache ich jetzt einfach mal. Was? Schnell verkaufen. Meine Brieftasche soll voll sein. Ja, geil. Das heißt also, ich brauche jetzt meine neue Brieftasche. Geil. Okay. Brieftaschen. Schweinsleder. Oh, Mann. Genau das fehlt mir jetzt, ey. Mann. So, Schweine. Wo? Hm. Naja, ich würde sagen, ich besorge mir denn jetzt eine neue Brieftasche. Also ohne Aufnahme. Und ihr seht mich dann wieder im nächsten Part. Und bis zum nächsten Mal.